In der Falle! Hier kommt man nichts mehr raus! Ohne Chance, weil die sind dahinter, da kommen ständig, aua, da kommt ständig mehr rein, wie ich hier wegsäbeln kann. Das ist eine... Oder hier könnte ich säbeln, bis ich verhungere. Nur die Zombies werden hier verhungert. Die sind scharf auf den Darius. Oder ich säbeln dahinter und kämpfe ab, soviel ich kann. Und jetzt kommt, gibst Köpfchen her. Dann halt du. Jawohl, jetzt. Komm, zack, kommt frotte. Oder da ist alles voller Leiche drauf. Voller zampfliger Leiche, da fliegt wieder ein Köpfchen. Aber es lügt nichts, weil die sind dahinter, da kommen ständig noch hier. Die werden hier gespawnt ohne Ende. Oder ich schnipple, ich schnipple hier Hände auf, wir sind, sondern die hat schon gar keine, die hat nur noch Stümpfe. So, und jetzt ist das Köpfchen weg und sofort rutschen dann danach. Oder hier hat die es. Keine Chance. Nein, der Witz ist, du kannst hier, obwohl hier ist frei, oder? Ich komme, ich kann hier nicht. Das ist so wie eine unsichtbare Wand. Ich komme hier nicht weiter. Ich bleib irgendwie auf diesem Bett, ich schnell hier hängen. Aber jetzt, naja, genau, das war vorher schon. Ich komme hier nicht runter, oder? Das ist jetzt. Eigentlich müsste ich ja hier laufen können, aber das geht nicht. Ganz komisch. Ich sehe mich, ich sehe mich, ich sehe mich. Kommt ins Händchen her. Zack, weg ist es. Du auch. Da kannst du mich nicht mehr ankrabbeln. Und da stehen die Kommen der Neue gespawnt. So, jetzt hau doch mal Achtung. Was willst du jetzt hier oben, das ist mein Platz. Das könnte ich jetzt stundenlang machen. Und ich kann ja auch nicht runterhüffen in die Richtung. Da hüfft mich ja mitten in die Reihen. Da bin ich sofort tot. Aua. Halt aber auf jetzt hier. Soll denn da, ich müsste lieber die Hände anpacken, ne? So, gibts Händchen her. So, jetzt hast du keine Hände mehr. Da kannst du mich auch nicht mehr angrabbeln. Zack. Und am Köpfchen hast du auch nicht mehr. Da kannst du mich auch nicht mehr beißen. Ich habe keine Chance. Ich säble hier bestimmt schon 10 Minuten. Aber ist jetzt, da kommen, laufend, Neue. Wo gibts Händchen her. Komm. So, da ist es weg. Hier unten muss alles voller Köpfe und Hände liegen. Oder da liegen alles Leiche. Zombie-Leiche. Also man sieht ja schon Leiche. Da habe ich meine Zombie-Leiche. So, also ich werde mich jetzt in den Kot begeben. Ich bin über die Zombies drüber. Äh, lauf. Oh, schweighaft. Nichts wie raus hier. Ich bin über die Zombies gehupft. Oh, die Schwitze. Die Schwitze wie Sau. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Da geht es ja nicht weiter. Nein, noch mehr Zombies. Lauf. Stirb, stirb. Das habe ich gemeint. Ja, dann macht sie die Tür auf und dann wird sie angesprochen.